Das ist Herr Meier. Herr Meier ist Chef eines mittelständischen österreichischen Unternehmens, das sich derzeit mit einer spannenden Herausforderung konfrontiert sieht. Die IT soll vollständig überarbeitet und ausgebaut werden. Dabei gehen ihm sehr viele Fragen durch den Kopf. Immerhin muss die neue IT perfekt werden. Zum Glück wird Herr Meier auf NOX Data aufmerksam. NOX Data ist eine innovative Rechenzentrumslösung, die sich dem Kunden und seinen Wünschen individuell anpasst und dabei auf eine Anbindung mittels eigener Glasfaser ans Rechenzentrum und ans Internet setzt. Eine hochsichere Option. NOX Data läuft natürlich in eigenen zertifizierten Rechenzentren in Österreich. Die Daten von Herrn Meier werden auch gebackupt und gespiegelt und bleiben dabei ausschließlich innerhalb der Landesgrenzen. Als Herr Meier dann auch noch erfährt, dass seine sensiblen Daten verschlüsselt übertragen werden und er auch noch die Möglichkeit hat, die Daten im Rechenzentrum zusätzlich verschlüsselt abzulegen, ist er hellauf begeistert. Sicherheit muss aber nicht einschränken. Im Gegenteil. Zusammen mit seinen Bedenken in Sachen Sicherheit kann sich Herr Meier auch von seinen Sorgen bezüglich starrer und teurer IT-Infrastruktur und hohem Aufwand für den Betrieb verabschieden. Denn egal ob Internetanschluss, Rechenleistung oder Speicherlösungen. Auf NOX Data kann sich Herr Meier in allen Belangen verlassen. Herr Meier ist begeistert und nimmt sofort Kontakt mit den klugen Köpfen von NOX Data auf. Er will abklären, ob das ganze Unterfangen wirklich so einfach und flexibel ist, wie dies im Internet steht. Und tatsächlich, er darf sich mächtig freuen, als man ihm auch bei einem persönlichen Gespräch zusichert, ja, das kann NOX Data alles und sogar noch einiges mehr. Die lokale Betreuung war auch der Anstoß der Entscheidung und Herr Meier darf sich für sein Unternehmen auf sichere Rechenzentren, höchste Ausfallsicherheit, die modernste Firewall und verschlüsselte Daten freuen, ohne in Extraschulungen oder teure Hardware investieren zu müssen. Und dank eines Cockpits kann er auch noch alles so verwalten und konfigurieren, wie er das möchte. Und das jederzeit. Perfekt! 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 Perfekt!